Hallo meine wette Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Feed the Beast Ultimate mit mir! Mit ihm? Stell dich vor. Mit mir, mit dem Raccoon-Style-Play und mit ihm? Nein, nenn deinen Namen, nicht meinen. Ich bin aber der Raccoon-Style-Player. Egal, bist du nicht. Egal, Leute, egal. Du kleiner Lümmler. Mit mir, mit Main as a word und ihm, Raccoon-Style-Play. Und? Und? Hab ich gerade gesagt, und dem Raccoon-Style-Player. Und was bei mir heute der 50. Part ist, würden jetzt Raketen nach oben steigen. Diesmal sehen auch seine Leute das. Obwohl ich glaube, es ist Tag. Ah, man sieht es trotzdem ordentlich. Ich war trotzdem bis es Nacht ist. Ich hab noch ein paar und ich warte bis es Nacht ist. Ich hoffe, du freust dich, dass du meinen Anfang jetzt verkackt hast. Ähm, nein? Ja? Was ist die richtige Antwort? Nein? Ich sagte ja. Was? Denn du hast ihn verkackt. Ja! Gut. Ähm, so, Leute. Ähm, mal zur kleinen Erklärung. Ich war offscreen ein wenig tätig und, ähm, das Loch hier sieht ein wenig sehr seltsam aus. Das liegt daran, dass ich da eine ganze Menge Wasser reingeballert hab. Denn ich hab mich mal über die Query informiert. Ich wollte wissen, wie viel Energie-Input die eigentlich verkraftet. Nicht, dass wir da zufällig mal irgendwann zu viel, ja, Energie reinpumpen, weil wir noch irgendwie ein paar Solarpanel anschließen. Und da bin ich auf einen interessanten Fakt gestoßen. Und zwar, wenn eine Query auf Lava trifft, dann baut sie nicht weiter ab. Genau, hört sich auf. Aber, das kann man umgehen, indem man einfach schlichtweg in das Loch komplett Wasser reinpumpt. Dann wird das, wird die Lava nämlich zu Obsidian und die baut sie natürlich wieder ab. Also hab ich mich dann offscreen mal hingestellt für eine halbe Stunde und hab hier mal das ganze Loch mit Wasser geflutet. Und das ist echt anstrengender als es aussah. Ja, gut, Thema Wechsel, Leute, ähm, ich bereite heute etwas vor für den, ähm, wenn das Loch dort fertig ist. Das hat ja schon bestimmt eine gute Höhe. Ich würd mal schätzen so um die 20. Wurde es bestimmt schon langsam haben. Und wenn man nächstes Mal draußen soll natürlich, äh, und das Loch ist fertig, soll es natürlich langsam zugemacht werden. Und dazu gibt es den Filler. Den Filler kann man ganz simpel bauen, wo ich jetzt eigentlich nur dran bin, die Inkstacks zu machen. Vielleicht noch dieses Daimler, die Yellow, aber ich glaub, das hab ich sogar. Und sonst hab ich ja direkt alles. Deswegen, das mach ich ja heute irgendwie. Achso, die Goldpipes, die hatte ich, äh, Golddinger hatte ich aber anders. Und die werd ich jetzt erstmal mir holen. Und das ist erstmal meins, bis es nachts ist und danach. Jetzt lass ich Raketen steigen wegen meinem 50. Part. Ähm, ab gar hab ich nicht viel gemacht von meiner Sardos her. Ein bisschen mit den Bienen hab ich doch schon hin und her mal wieder gemacht. Äh, denn die Bienen sind so eine Sache für mich, wo ich, äh, jetzt langsam hinterherkomme. Ähm, aber es gibt so viele tausend, tausend vielleicht nicht, aber vielleicht hundert, zweihundert verschiedene Bienen, wo man sich reinfinden muss. Aber, warte, ey, das puck ich. Ich bin, ich bin der Größe. Ich bin der einzig Wohre. Weiß ich nie, wie ich heiße, aber ich bin der einzig Wohre. Das läuft. So. Und ich bin mal auch am Stüssel gewesen. Allerdings eine Menge AFK gemacht. Und zwar bin ich so aktiv gewesen, dass ich unseren kompletten Netherrack-Vorrat durchgepumpt habe. Und in Redstone verwandelt habe. Dabei sind über zwei Stacks Redstone rausgekommen. Was erstaunlich viel ist. Wenn man mal bedenkt, dass man immer nur einen rauskriegt. Und eine ganze Menge Sulfu. Und mein Ziel für diesen Part ist es, ein wenig, ja, zu Pulver reisen. Und die Ressourcen umzuwandeln, dass wir endlich mal wieder vernünftige Ressourcen haben. Und das hier, meine werten Freunde, das werde ich wahrscheinlich offscreen bauen müssen. Ich werde es allerdings wahrscheinlich dann im nächsten Part anfangen. Und erkläre dann erst, was es wird. Damit der da drüben nicht weiß, was es wird. Jetzt hat er wieder was für einen Anfang. Jetzt hat er was für einen Anfang. So. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Der Cock kommt aus. So. Haben wir Inkseg? Wir gucken es aus. Wir gucken es aus. Wir haben keinen Inkseg. Aber die kann man sich auch simpel herstellen. Mit dem orangenen Zeug. Das haben wir nicht. Nice. Deswegen brauchen wir jetzt das Rote. Achso. Ja. Das Rote. Mir fällt gerade was auf. Das brauchen wir Minion. Was ist denn los? Jetzt können wir es laufen lassen. Ja. Äh. Anspuck verschluckt. Warte. Kleinen Moment. Okay. Kann den Reiz unterdrücken. Ähm. Ich habe natürlich vergessen meinen Power Supply anzustellen. Der meine Pulverizer befeuert. Das heißt sie sind nur mit dem Rest. Reststrom. Mit dem restlichen Minecraft Jewel gelaufen. Ojo. Jetzt geht es wieder nicht gut. Das ist natürlich entsprechend nicht so schön. Und ja. Ich weiß mittlerweile auch. Dass der Kack nicht Mega Jewel. Sondern Minecraft Jewel heißt. Ja. Ich lerne auch dazu. Auch einem alten Hund kann man noch Tricks beibringen. Ach so. Und. Ja. Jedenfalls wenn der alte Hund ich bin. Und ja. Ach ich habe mich generell auch mal weiter informiert. Über die ganze Geschichte mit Elektrizität und so weiter. Mehr durch Zufall. Weil ich durch ein paar Experimente darauf gekommen bin. Ähm. Was ich gar nicht wusste ist. Dass Redstone Engines auch Mega Jewel erzeugen. Mega? Und zwar. Ja. Redstone Engines erzeugen Mega Jewel. Und zwar 0,05 Mega Jewel. Pro Tick. Maximal. Das Interessante daran ist allerdings. Man kann es nicht nutzen. Leider. Ja. Für kleinere Maschinen. Ach ja. Ja zum Beispiel sind die perfekt um Wooden Pipes zu bepowern. Was wir ja die ganze Zeit schon machen. Ähm. Wie. Aber man kann damit leider leider nicht. Maschinen. Mega Jewel speichern. Ach so. Ja Maschinen sowieso nicht. Ähm. Aber man kann es leider nicht speichern. Das ist sehr schade. Denn ich hatte mal versucht im Singleplayer ein bisschen. Einfach ganz viele von den Dingern anzubauen. Weil die sind sehr billig. Und stellen halt Mega Jewel her. Was man also nicht aus EU gewinnen muss. Was natürlich eigentlich extrem ultra geil. Aber leider funktioniert es nicht. Und ich habe auf Screen ein wenig mit dem Redstone hantiert. Und wir haben jetzt drei Advanced Lab Packs. Und der gute Man of the World hat natürlich auf Screen ein wunderschönes MFE gekriegt. Hm. Ich wollte mich zu bedanken. So. Ich wollte noch ein zweites. Insgesamt halt für ihn dann ein viertes bauen. Aber ähm. Ich weiß. Das klingt jetzt bitter. Aber das Redstone wird echt knapp. Ja. Jetzt sagen wir zweieinhalb Stacks Redstone. Da kannst du die 32 Redstone auch mal abknöpfen. Um ein neues MFE zu bauen. Ja. Theoretisch. Praktisch aber nicht so. Weil wir brauchen das für die Solarpanel Herstellung. Und theoretisch geht da ja nicht viel drauf. Das sind wie viel Redstone? Ich glaube sechs. Wenn ich mich recht entsinne. Ähm. Pro Solarpanel. Aber. Naja. Du hast das MFE gerade angesprochen. Aber okay. Na für ein MFE brauchst du mehr. Für ein MFE brauchst du 32. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Und wie hast du angefangen mit MFE. Wenn ich mich nicht erinnere. Aber gut. Und ja. Für den Solarpanel braucht man zwar nur sechs Redstone. Aber wir brauchen Redstone auch noch für andere Geschichten. Und bevor wir dann jetzt gleich wieder instant den Mangel haben. Ich habe die Kiste übrigens auf die andere Seite geräumt. Ja. Und bevor wir jetzt dann instant wieder einen Mangel haben. Dachte ich mir. Na. Wir haben gerade ein bisschen Redstone. Das kann man auch. Das benutzen wir sowieso wieder für andere Sachen mit. Und von daher. Ja. Lieber erstmal vorsichtig sein. Und ja. Was ich hier vorhabe. Das kann ich ja mal an der Stelle kurz erwähnen. Ich möchte Batterien umwandeln. Denn wir stellen mit dem Claydust Potassium her. Und Lithium. Und das möchte ich gerne beide speichern. Lithium. Lithium. Sie wundern sich bestimmt warum ich die ganze Zeit so scheiße spiele. Ja Leute. Ich habe mir mal was Neues gegönnt. Etwas wo ich jetzt mal nicht sagen. Ey. Das ist doch viel zu teuer für dich. Ich habe mir die G910 geholt. Von Logitech. Das ist eine Gaming Tastatur. Eine der neueren. Und im Moment habe ich das so eingestellt. Das dauerhaftes einfach dieses Farbwechsel ist. Von der Mitte her aus. Ist wie ein Regenpunkt. Die ganze Zeit. Perna, Mamen. Rot, Grün, Blau. Weder, Pink. Und so weiter und so fort. Also das geht in die Augen. Aber Leute. Ich lasse es trotzdem mal an. Um ein bisschen Abwechslung in die Folgen reinzubekommen. Der nimmt es. So. Jetzt machen wir noch ein paar davon. So. Es wird langsam Nacht. Und dann lasse ich natürlich wie gesagt. Wie schon versprochen. Die geilen Sachen hier hochsteigen. Ist dann. Ist ja klar. So. Da wollen wir natürlich auch mit dabei sein. Deswegen. Hast du eigentlich hier einen funktionierenden Pulverizer irgendwo rumzustehen? Ne, ne? Oben, oder? Achso, der stimmt oben. Oben müsste er stehen. Der müsste funktionieren, ja. Achso. Da brauche ich ja noch eine Redstone Torch. Die ist eine unten. Ah, es ist eine unten drin, glaube ich. Magst du die mal kurz holen? Ansonsten müsste ich nämlich rüber zu mir laufen. Wenn eine drin ist. Ja, ist eine. Ja, Leute. Und als nächstes kommt bei mir natürlich erst mal vielleicht entweder die Maus. Oder es kommt bei mir als nächstes die SSD. Also ich weiß es noch nicht. Denn SSD habe ich jetzt auf einer Website gefunden. Eine große von Sandisk. Wenn das was sagt, der kann natürlich mal unten in den Kommentar reinschreiben. Ist jetzt nicht so eine unbekannte Firma? Ja, die ist eigentlich gut bekannt. Ist schon ziemlich bekannt, ja. Und so schlecht würde ich sagen, machen die das eigentlich auch nicht. Bestimmt. Wenn ihr das schon kennt. Und ja. Gut. Und ich würde mal sagen, lassen wir mal die erste Rakete. Wauw, jetzt muss ich erst mal gucken. Okay, das sind die Dinge. Wir fangen mit ganz einfachen Sachen an. Oh, schön. Das sind die ganz einfachen Raketen, die man so simpel wie es geht craften kann. Das war eine, die habe ich etwas weiter runter gemacht. Mit nur einem... Ich wollte kurz sagen, warum sind die weg? So, und jetzt kommen zwei, die mit einem Goldnacket hergestellt worden sind. Da wollte ich mal austesten, was die machen. Die werden direkt zu einem Star. Und die knistern. Das stimmt. Cool. Also das war eigentlich mein Spezial für diese Folge. Yay. Jetzt können wir den Bart wenden. Und die Folge ist zu Ende. Tschüss. Es wäre aber ironie, wenn das wirklich so wäre. Nee. Erst zwölf Minuten. Ganz easy. Och nö. Ich weiß nicht, was wir machen können. Leg dich mal bitte hin, damit die Query weiterarbeiten kann. Yo, I'm making... I'm making... Ist ja schon, du wirst auf dem Weg. Ja. Natürlich. Ihr wisst ja, ich bin ja hier der kreative Kopf. Oh ja. Und beschäftige mich ja gerne auch mit den Häusern und so weiter. Äh, ich habe auch vor demnächst wieder mal ein wenig kreativ tätig zu sein. Aber vorerst hat natürlich ein wenig die Produktion und die Ressourcensammlung ein wenig mehr Vorrang. Ähm, nicht zuletzt damit ich auch unseren wundervollen zweiten Mitspieler, wundervollen Freund und... Kupferstecher. Weiß nicht, das kann man auch so sagen. Ja, damit du natürlich auch wieder Arbeit hast und nicht die ganze Zeit immer nur dumm rumstehen musst. Weil ich dir keine Ressourcen machen kann. Ich hätte jetzt sowas zu tun, aber okay, gut. Ja. Oh, es ist nervig. Pipe. Denn ich mache jetzt erstmal die... Nicht die Sandstone, die Paris Pipe mit Propolis. Und Popolis habe ich glaube ich... Oh nein, mein Mord ist ungefähr. Popolis habe ich nicht. Nice. So, darf ich noch herstellen. Ähm, ich stelle diese her. Ähm, Grund... Ach, nee, brauche ich die Zentrifu? Ich habe doch die Zentrifu jetzt. Apropos Popo. Okay, gut. Ähm, da muss ich nochmal ein bisschen nachgucken. Jetzt will ich mir einfach jetzt nochmal welches herstellen. Ähm, die stelle ich mir her, um ein bisschen zu automatisieren. Und zwar die ganze Bühnenform drüben. Ähm, langsam, wie es geht, zu automatisieren. Ja, das ist das, was wir mal machen für die nächsten paar Folgen. Oder für die nächste Folge, denn... Einen kleinen Moment wird das dauern. Vielleicht mache ich sogar eine Glaskuppel da rum. Wir haben ja, glaube ich, genug Sand, oder? Ja, wir haben ja jetzt genug Sand. Ich habe noch ein paar Stacks bei mir. 300 haben wir hier. Ich habe drüben, glaube ich, sogar noch mehr. So, und dann mache ich hier so eine kleine Glaskuppel da rum. Und schön sieht das dann aus. Ähm, mit dem... Mit hier ein paar Blumen drumherum. Die wachsen sowieso nach, das finde ich richtig geil. Wegen den Bienen. Jo. Und das gefällt auch? Mir. Genau. Achso, und mir wurde mal gesagt, ich habe vergessen zu sagen, dass letztes Wochenende kein Stream kam. Ähm, wenn ich das wirklich vergessen habe, tut es mir richtig, richtig leid. Denn ich habe mir echt gedacht, ich habe das gesagt. Aber anscheinend habe ich das doch nicht gesagt. Und dann möchte ich mich noch wegen etwas entschuldigen, dass ich am Wochenende, am Sonntag, ein Part hochgeladen habe, freigeschalten habe, wo ich den gleich wieder down gemacht habe. Also erstmal wieder schön gelöscht habe und nochmal was dran gearbeitet habe. Wer den Part natürlich zu Ende geguckt hat, weiß natürlich, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen. Keine Ahnung. Ähm, der weiß jedenfalls, um was es dann geht. Äh, wer den Part nicht zu Ende geguckt hat, der hat natürlich Arschkotte gezogen. Der hat richtig viel verpasst. Und? Das war der beste Part der ganzen Welt. Oh ja. Und außerdem beweist er damit, dass er meine Parts nicht bis zum Ende guckt, obwohl dieses Video nur fünf Minuten lang ging. Ja, also da sollte man sich dann echt schämen. Denn, äh, ich habe schon vor, es waren zehn Aufrufe darauf. Also wenn jeder das Ende gesehen hat, naja, Halleluja. Glück auf. Wenn jeder das Ende gesehen hat, Halleluja. Halleluja. Okay, du dachtest auch dran. Das finde ich gut. Ähm, jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Ist der Kopf dicker als der Hals. Genau. Jeden Sonntag kommt jetzt so ein Video. Im letzten Video ging es darum, dass ich, ähm, wegen Ausländerfeindlichkeit und sonstigem, äh, Zeug. Und jedenfalls, Ist der Kopf dicker als der Hals. Genau. Das sage ich jedes Mal. Und dieses Mal geht es eigentlich darum, ich war ja am Wochenende nicht da, ich war bei einer Demo, bei einer linken Demo, die wiederum auf eine rechte Demo getraf, in einer wunderschönen Stadt, die eigentlich, äh, in meiner Achtung, eine sehr offene, freundliche Stadt ist, aber anscheinend, äh, zu viele Leute haben, die, äh, von rechts sind. Da hat man auch mitbekommen, da sind viel zu viele Leute dabei, denn sie haben auch am Tag der Deutschen Einheit, haben sie gerufen, wir sind das Volk, wo ich sage, das passt überhaupt nicht jetzt dazu, äh, zu diesem Thema, äh, mit Ausländer. Entgegengesetzt, die, äh, Linken natürlich gesagt, haben Nazis raus, was ich natürlich, äh, befürspreche, weil, ja, sagen wir es mal so, denn, diese Stadt, jedenfalls, Lotte, die ist eine ruhige Stadt, da ist nie was los groß, und dann soll auf einmal, sowas abgehen, also, das, das ging überhaupt nicht, also, das habe ich nicht kapiert, und werde ich wohl auch nie kapieren, aber dazu... ich glaube, das ist auch besser, dass man so manchmal so eine rechts, ähm, ja, ich sag mal, rechtsextremen oder rechts angehauchten Sachen nicht versteht, ich glaube, sonst würde man das hinterfragen, und dann stellt man fest, wie dumm manche Menschen sind, also, beziehungsweise, mit welcher Intention sie rangehen, und meinen etwas zu wissen, was sie allerdings falsch wissen, und damit eigentlich quasi ein anderes Ziel verfolgen wollen, aber ein komplett anderes, als sie dann auch noch denken, verfolgen, das ist ein bisschen behindert, aber wie gesagt, das, sowas kommt eben, ähm, am, 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 am Wochenende, am Samstag, Sonntag, Sonntag wieder, genau, jeden Sonntag, wie gesagt, so eine kleine Talkrunde, ich suche mir irgendwelche Themen, Politik, äh, Games, oder, äh, Kanal, es wird, wenn ich das schaffe, sogar von jedem Thema, eine Sache kommen, wo ich darüber rede, es wird in diesem Video viel geschnitten, viel reingeschnitten, ähm, was ich, äh, da wieder richtig geil finde, damit fange ich, das macht Spaß, ich weiß, ich verstehe das, ich kann das so nachvollziehen, ich versuche zwar natürlich, dann, ähm, Montag, um, wie gleich, anzufangen, oder, um, oder irgendwie so, um die Drehe, damit ich, nicht so viel am Wochenende zu tun habe, wer weiß, vielleicht bin ich nächsten Wochenende wieder nicht da, und wieder einfach, ähm, bei der nächsten Demo, aber, ja, man weiß es nicht, man hofft es jedenfalls nicht, dass ich, da irgendwo wieder bin, und es ging, welche Leute demonstrieren muss, aber, okay, man weiß ja, wie gesagt, niemals Bescheid, so, genau das wollte ich, wie kam ich jetzt darauf, naja, gut, so, du kannst dich darauf einstellen, die Folge neigt sich, demnächst dem Ende, und demnächst meine ich so in ein, zwei Minuten, vielleicht, etwa, so circa, grob geschätzt, was hier möchte ich wissen, gut, Popolis, Popolis, ach, aus Honigrop, genau, die waren, ich bin mal gespannt, wer da, wer das sieht, da bin ich mal gespannt, in Sequizeros, genau, und der Sequizero war noch hier unten, bitte ich mal ein, wenn ich mich nicht irre, äh, der Squeezer, der ist in deinem Bunker unten, genau, da geh ich grad richtig hin, gut, aber wenn der Part sowieso jetzt vorbei ist, die werde ich da hinlegen, und die werde ich hier hinlegen, nur mal so als kleiner Plan nebenbei, weil dann von, ich erklär einfach mal kurz was, weil davon hab ich ja zwei, die werde ich hier hinpacken, dann, also da und da, dann führen die nach da draußen, und hier hinter der Wand werde ich dann, also das wird zugemacht, dann kommt hier was hin, was man von, dahinter erreichen kann, ach man bauch ran, oder vielleicht von hier, ja doch von hier ist gut, von hier ist gut, okay Leute, aber bevor man hier noch weiter, reinkommen, möchte ich sagen, was ist mit diesem Part, so wie es angehört hat, wenn euch der Part natürlich gefallen hat, gibt den Daumen nach oben, schreibt natürlich in den Kommentaren, ob euch das gefallen hat, oder nicht, Besserungsvorschläge, immer schön unten rein in den Kommentaren, wir freuen uns natürlich immer drauf, wenn ihr was unten rein schreibt, oder einfach in dem nach oben gibt, das ist natürlich immer was Schienes für uns, hier, mir fällt grad ein, ich hab bei dir nicht angepflanzt, doch hab ich, und vergesst eine Sache niemals, wir sind gay, ist immer für euch da, was, ach so, genau das, genau das haben wir auch gedacht, genau, 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 ne, ja, genau, gut, ähm, abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, um uns, um keine Folgen von uns zu verpassen, so wie dieses Special, was ihr verpasst habt, vielleicht kommt nochmal sowas, dann seid ihr halt einer der Ersten, die sowas bei mir seht, ähm, ich sage nur, es sollte eigentlich in einem Jahr kommen, aber, Leute, ich bedanke mich jedenfalls bei einer Person, die es gesehen hat, ich nenne hier keine Namen, vielleicht schreibt sie ihren Namen drunter, äh, also diese Person, nicht, dass es ein Mädel ist, es kann auch ein Sie-Junge sein, und deswegen, bis zum nächsten Mal, euer Man of the World und in einem großen Bunkhaus, und euer Raccoon-Style-Play, ja, ach, wir haben so viel dort, ciao, ciao, ciao,